Moin Leute, Trimax hier, wir zocken Valorant, wir sind noch in der Beta drin. Jetzt zocken wir mit Reapers und Hanky. Keine Ahnung, viel Spaß in den Highlights. Simpelstes Intro ever. Sind halt absolut die oberen Counter-Strike Backheads. Ach Digger ne, ich bin noch raus. Lass, lass, lass uns die zocken. Ich hau da ne Dings rein. Come on Max, we got this. Ich pote mich direkt rüber. Ja, ist ausgelöst. Hab ein, nice. Wurde aber angefrag, gut gemacht. Alter, wir sind die letzten drei Lebenden. Alter, ist das spannend. Hier ist keiner. Unten ne Mech, won it. Hab ihn. Save Hanky, save Hanky, einfach ab. Nice. Sehr gut. Was hat der denn gemacht, der hat geschlafen? War der auf K, oder was? Digga, wie taktisch nice haben wir das denn runter gespielt? Das war echt gut, sehr gut. Das war geil, Digga. Das war geil. Das hat echt gebockt. Der hat gesaved, weil der shit ist. Würde ich den ganzen Tag nur auf den Senkel bekommen und dann... Einmal und dann Trashtocken. Direkt Trashtocken. So, das ist auch gut fürs Ego, vertrau mir, das ist gut. Das ist echt gut. Hab einen. Sehr stark, Max. Einer im Gang. Ah, der ist wo... Doch, was? Drei Leute in Mitte. Oh, kannst du mir... Schon wieder... Ich hab Hixen, ich hab jetzt Hixen. What the fuck? Ja, ja, ja. Oh ja, Mitte ganz viele. Hab zwei getötet in der Mitte. Zwei, zwei Mitte, brauch Hilfe in der Mitte. Jo, on my way. Oh, strong. Nice. Der wird On-Spot sein. Ah, Hit. Das wär schön. Digga, keinen Hit hab ich hier gegeben. Oh, Max, go, go. Nice, defuse, defuse. Defuse, defuse, defuse. Okay, das hat er, das hat er. Sehr schön. Sehr stark, Jungs. Rein in ne Masse. Digga, lässig. Ich hab drei Kills gemacht, die Round. Ich bin Erster aus dem Team. Junge. Ich hol doch gleich noch Nate rein. Ich mach jetzt mal ne andere Taktik. Ich mach direkt hier Nebel. Und geh rein. Und stun sie und töte sie. Ja, die sind da, Max. Bene Smoke. Übel kassiert. Jetzt da nicht. Fuck. Gut. Was war das denn? Sie macht einfach Granaten, Mann. Das ist bei ihr falsch. Aber trotzdem ne coole Taktik, die ich da angewendet hab. Ich hab ihn gestunnt. Ich hab halt full alle Streaks kassiert. Strong. Hol sie dir. Alter! Hang! Hang! Junge! Hang hier, Alter! Let's go, baby! Oh, der suckt glaube ich jetzt. Ja, das war der, der suckt. Wie viele Kills hat er? Digga, der ist, der ist 3,8. Der ist so. Oh mein Gott. Ich bin 3,8, Digga. Ich bin der schlechte 3,8. Oh no, das ist 3,8. Er ist 3,7. Er ist noch ein bisschen besser, Digga. Ich spiele jetzt maximal defensiv, okay. Was macht er? Oh, er ist so shit, ne? Wahnsinn. Ich bin viel schlechter, Digga. Der ist ja echt, der ist ja mit Abstand letzter im Team, ne? Ne. Ich bin mit Abstand letzter im Team. So, ich mach mal ernst, Mann, Jungs. Mach mal ernst, ja. Warte mal, ich mach mal jetzt hier ne chillige. Mach jetzt meine Spezial-Taktik. Ich brauch in der Mitte ein bisschen Cover. Ich mach Spezial-Taktik. Ich guck links, Max. Wollen wir ein Rank-Team aufmachen? Kein Bedarf. Wollen wir ein Rank-Team aufmachen? Wollt ihr beide dabei sein? Ich wollte sowieso in der Silber kommen. Ja, gerne. Ich auch. Werden verlieren oder was? Ja, logisch Digga. Ich hab die letzten zwei Tage nicht einmal gewonnen. Du musst mal wieder mal mit mir spielen, dass ich Carrying kam. Nee, dann wird das Skill-Based-Bed vielleicht noch schlimmer. Noa. Die müssen gefühlt alle raus. Alles raus. Nie wieder mit Freunden spielen. Neuer Account machen und dann ganz normal zocken. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, oder? Oder einfach mal das Spiel lernen vielleicht. Bringt ja auch nichts. Bringt ja nichts. Dann werden sie nur noch besser. Guck mal, selbst wenn ich so gut wäre wie Hanky wäre ich schon pisst. Hanky hat Gottes Aim, hat die Leute zerstört. Er steht 21,15. Als Gott. Das musst ihr mal überlegen. Einer von euch muss mal B gehen, bitte. Hey. Okay. Wie findest du wirklich so als Teamspieler? Ich geh mit zu. Gut, Digga. Potenzial ist stark. Hinter dir. Hinter dir. Ruhe. Noch einer. Hab ihn. Ohohohoho. Heft noch Grenade. Von innen, von innen. Von hier. Schon... Schon wieder her. Ein Gegner entdeckt. Ein Gegner entdeckt. Let's go. Ah, der ist auch da. Hat ein Hit. Einen Hit hat er. Alter. Der Typ kam von hinten, der mich die ganze Zeit tötet. Ja, Mann, ich hab's gesehen. Die kommen nicht bei B, die kommen nach außen rum, diesen kleinen Minigun. Jo, da ist einer. Die hat Ult, die hat Ult an. Ja, Dicke. Und wenn Headshot sniped across the map wieder. Schupeke! Uh, let's go, Max. Nice. Da war noch einer, Max, da war noch einer. Nein. Ja, das ist der, der chillt hier rechts, genau da. Let's go, Max. Da holt er den Vierfach, Mann. Der Shotgun-Profi hier. Let's go. Gotta get, jetzt sag ich nur. Guck mir das mal an. Die plantet. Hab sie. Let's go, Hanky. Einer noch. Der hat eine AWP. Er muss planten, er muss planten. Komm, push, push, push. Du bist hinter ihm. Nice. Sehr schön, sehr schön. Nice. Sauberer Call, Dicke. Let's go, Dicke. Ich hatte Glück, ne. Der hat mich halt nicht gesehen und plantet neben mir. Hat er ja keinen Bock drauf, sag ich dir. Ja, Mann. Komm, du gehst in 6 Stunden in den Aim-Trainer. Und dann darfst du wieder, wenn du ihn spielst. Ja, selbst, es geht ja nicht ums Aim. Ich kann die Gegner nicht sehen und sie töten mich durch Wände. Komm, tot. Hier kommt was. Hier kommt was. Hier kommt was. Ich hab ihn. Oh, ich hab den Jet down. Yippie. Nice. Dann gehen wir auf 10. Noch ein down. Ich hab zwei down. Hier, wir gehen 10, wir gehen 10. Komm, let's go. Ich retz dich, Reapers. Stark. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Hast du mich gerest? Ja. Hinter uns sind weg. Ich lass mich noch töten. Hinter uns sind weg. Ich lass mich noch töten. Das war strong. Drei kills jetzt schon. Let's go. Wer hat die Bombe? Du hättest doch einfach weiterlaufen können. Ich hätt ne Wand gemacht und dann hätten wir erstmal placen können. Das ist doch unnötig, wenn wir da jetzt sterben. Oh, der steht da direkt dahinter. Er steht dahinter. Er ist direkt dahinter. Das ist doch dumm. Oh, der ist der Beste. Max, bitte. Ich hab drei Leute getötet. Lauf doch einfach bitte weiter. Ja, ist doch scheißegal. Er war doch so strong. Er meinte, Achtung hinter uns. Ich dreh mich um. Er hätte mich sonst getötet. Ich hätt ne Wand gemacht und wir wären viel früher auf den Punkt gewesen und der Brimstone wäre noch nicht mal da gewesen. Ich glaub, der saß da die ganze Zeit in der Ecke. Der wäre noch nicht mal da gewesen. Ich glaub, er saß die ganze Zeit da in der Ecke. Doch, doch. Ich glaub auch. Ich glaub, der saß da das ganze Game. Der spielt so dreckig. Der setzt sich einfach hin und genießt irgendwie. Keine Ahnung. Das kann... Das ist... Ich hoffe... Ich wünsche dir würde das Game nicht so viel Spaß machen. So, Jungs. Wollen wir uns jetzt mal echt anstrengen. Also wirklich. Nee. Doch, jetzt mal richtig ernst, Mann. Das ist eigentlich echt traurig. Jetzt mal belohnen, Digga. Was denn? Was? Ah, scheiße. Ich bin tatsächlich nicht mehr Jet und hab Fallschaden kassiert. Hab einen. Huh. Hab auch einen. Hab einen in der Mitte. Hab noch einen. Nice. Das geht mir auch nicht um die Stats oder ums Gewinn oder irgendwas. Es ist einfach unendlich verschwitzt. Das hat nichts mit Spielspaß zu tun, was hier grad passiert. Das stimmt. Das war die Runde, wo wir angefangen hatten. Und am Anfang haben wir sofort 5-0 durchgepusht. Wir dachten, das wird der erste Win nach 48 Stunden. Stimmt, Digga. Jungs, ich will gewinnen. Ich will einfach mal einmal gewinnen. Dann kann ich in Ruhe schlafen gehen. Digga, ich... Wie kannst du Knick in Ruhe schlafen gehen? Ich kann seit Tagen nicht in Ruhe schlafen, weil ich noch nie gewonnen habe. Ich habe ohne Witz das letzte Mal am 8. gewonnen. Heute ist der 11. Das ist doch krank. Warum ist das so? Hab ihn. Komm, komm, komm. Auf A, auf A. Go. Die sind hier, die sind hier. Wir sind alle B. Wir sind zu 5 B. Was? Aber wieso denn? Ich bin hinterher gelaufen nur. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Du kannst auch jetzt noch umdrehen, Max. Du kannst auch jetzt noch umdrehen. Du kannst auch jetzt noch umdrehen. Okay, komm zu A. Die sind doch auf B da. Da ist er, da ist er. Hab ihn. Aber ich habe die Bombe. Ja, deswegen... Das wollten wir doch sagen, mein Gott! Wieso habe ich die denn? Digga, wir hätten die Hunde verloren. Ich hätte niemals geplantet. Niemals. Ja, ich weiß. Wollen wir. Vamos, vamos. Holt eure Messer raus. Jetzt geht's los. Der Random macht genau das, was wir immer machen. Ach fuck, der Random. Links, 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 links! Hab ihn. Shit, Digga. Fuck, kann jemand Tanki reviven? Neues, liegt ein Uldpunkt am spawnen? Gib mir den, Max. Ach, weil wir... Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Du hast doch deinen Uld ready. Weil wir... Du hast doch deinen Uld ready. Bei uns im spawnen? Weil wir wahrscheinlich eine ganze Zeit im spawnen. Hm, das ist cool. Ich geh planten. Bei A? Ja. Hau ne Drohne gleich raus, Jungs. Ich verteidige von oben. Hab einen. Nice. Wie ist jetzt unsere Taktik? Nochmal. Ey, ich hab ne Taktik. Komm mit mir, komm mit mir mit. Warum? Jetzt mach ich immer die Taktiken. Wir sind eh unser Teil. Wir gehen alle hier durch. Alle hier durch. Alle hier durch. Es ist halt die letzte Runde, Max. Es ist halt die letzte Runde. Geschwind. Es ist doch die letzte Runde. Why? Dann machen wir jetzt nochmal meine Taktik. Alle hier lang. Und jetzt gehen wir hier nach vorne, machen irgendwie unsere Fähigkeiten und töten sie alle. Okay? Schleichen. Schleichen. Ruhe. Hört ihr sie? Da sind sie. Jetzt wissen die, wo wir sind. Ich hau'n Drohne rein. Wartet kurz. Rechts um Senke ist keiner. Der ist in diesem Tunnel. Habe ihn markiert. Habe ihn markiert. Habe ihn markiert. Sehr stark. Ich fähre gleich zurück. Teleportiert. Unten ist noch einer drin. Ich bin tot. Hey Dodds. Ich bin tot. Oh, habe ihn. Ich bin so tot. Ich habe gar kein Leben. Nichts. Fünf Subgifts, wenn du es packst. Digga. Quatsch nicht. Deine Taktik war shit. Dog shit sogar. Ich fand sie zwischenzeitlich gut. Oder, Rifa? So, du schlust mir fünf Subgifts. Was? Let's go, Alter. 14 Niederlagen. Am Stück. Das ist echt nice. Das ist echt nice, so. Wollen wir jetzt eine gewinnen, so? Eine? Also, ich glaube, ich habe ultra Bock auf Casten und Turniere und den besten Spielen Deutschlands zuzuschauen. Aber für mich einfach mal so ein bisschen daddeln. Das ist nicht einfach mal so ein bisschen daddeln. Das ist hier komplett... Das ist... Ja. Aber das ist doch das, was sie wollten, ne? Die wollten ein Competitive Game. Das ist ein Competitive Game. Es ist ultra Competitive, aber ich habe Angst, dass es zu defensiv wird. Weißt du? Cypher da? Scheiße, Digga. You got this. You got this, Max. Er ist oben. Er steht oben links. Ja. Einer rechts, Max. Rechts noch einer, rechts noch einer. Weiß ich. Cypher rechts. Wie sicher? Direkt rechts? Ja. Push die nicht. Push die nicht. Die müssen zum Spike kommen. Bleib da. Einfach da bleiben. Let's go. Rechts oben. Der ist auch rechts. Rechts jetzt. Oh. Schade. Schön wärs. Ja. Nice fein. Ja, ist doch schön. Das ist doch auch einfach nice. Richtig geil. Das war ein richtig geiles Gefühl vor allem. Das wichtigste ist Spaß. Wir liegen wieder 0-2 hinten. Sauber. Let's go. Spaßig. Ich bin immer erster oder zweiter im Team. Aber ich hab immer das Gefühl, dass ich so hart kassiere, dass ich meinen ganzen... Ohne Witz. Ich könnte meine vier Bildschirme, mein PC, mein iPad, Maus, Tastatur, Mikrofon und Mikrofonarm alles aus dem Fenster schmeißen. Bei den Lobbys. Ohne Witz, Mann. Niemals, Mann. Wieso sind hier eigentlich 10.000 Zuschauer, wo der Stil ab 16 ist? At Mods. At Polizei Berlin. Bester Mann. Strong, Alter. Oh, oh, oh. Das geht auch besser, Hankness. Äh, ich glaub mein Game stürzt grad ab. Oh, das ist gut. Meins auch. Mein Game stürzt ab, leider. Meins ist auch abgestürzt. Mein Game ist ab. What the fuck? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Mein Game ist abgestürzt. Holy shit. It's the Black Screen. What the fuck? Call of Duty startet sich einfach. WTF? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hä? Was ist das denn? Ich hab übelst Wacker-PC. Das Game hat sich geschlossen und Call of Duty startet sich einfach. Wir kriegen halt ne Strafe jetzt. Wegen dir, ne? Was ist die Strafe? Wir haben doch schon 15 Mal am Stück verloren. Ich hab's seit 3 Tagen verloren. Das ist doch genug Strafe. Ich gesehen hab, wie er sich hinter die teleportiert hat. Und einfach instant gestorfen. Oh, ich hab auch schon... Es tut so weh. Es tut... Oh man, Unlucky, Alter. Ihr hättet locker gewonnen. Es stand schon wieder 0-6. Die Gegner töten uns durch alle Wände. Wo hätten wir das denn locker gewonnen? Bei nem 0-6. Locker gewonnen, Alter. Locker gewonnen, sagt er. Oh Gott, Alter.